Mein Name ist Sandra Hölzer. Ich bin Inhaberin des Architekturbüro Hölzer. Ich bin freie Architektin, Fachplanerin im vorbeugenden Brandschutz und Sachverständige für Schäden und Mängel an Gebäuden. Schwerpunkte meiner Arbeit liegen im luxuriösen, gehobenen Billen- und Apartmentbau, in individuellen Büro- und Verwaltungsbauten und auch ausgefallenen Industrieprojekten. Maßgeschneiderte, ganzheitliche Konzepte für Hochbau und Innenarchitektur, aber auch für Außenarchitektur und Landschaftsbau sind unsere Stärke. Das natürlich alles vor dem Fachplaner- und Sachverständigenhintergrund mit tiefem Wissen. Besondere Individualisierungstechniken, Bemusterungen, Individualproduktion sind für uns ebenso selbstverständlich wie Kostenkontrolle, Kostenmanagement und bauleitende Zeitprojektierung. Intelligente Gebäudetechnik und energieeffizientes Bauen sind wichtige Bestandteile guter und nachhaltiger Architektur und eine gesunde Basis unseres Arbeitens. Die Kunden, die uns aufsuchen, sind in allererster Linie auf der Suche nach Individualität. Aus meiner Sicht heute ein unverzichtbares Stück Lebensqualität und ich freue mich jeden Tag auf tolle Persönlichkeiten und diese spannende Arbeit. Ich liebe meine Arbeit und alle ihre Sparten, ob das im Entwurf ist, in der Umsetzung des Entwurfs oder im Bereich der Gutachten. Ich finde Architektur ist ein ganz wunderbares Wirkungsfeld.